Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Es heißt Karnoscher Kreisprozess. Du kennst den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, Volumenarbeit, den Wirkungsgrad und Wärmekraftmaschinen. Nachher kannst du den Karnoschen Kreisprozess erläutern und seine Bedeutung erklären. Der Film besteht aus fünf Abschnitten. 1. Kreisprozesse 2. Besonderheiten des Karnoschen Prozesses 3. Der prinzipielle Verlauf 4. Die verrichtete Arbeit 5. Der thermische Wirkungsgrad 1. Kreisprozesse Es gibt verschiedene Wärmekraftmaschinen. Ihre Funktionsweise wird in sogenannten Kreisprozessen veranschaulicht. Kreisprozesse beschreiben die thermodynamischen Zustände von Wärmekraftmaschinen während ihrer Arbeit. Als Ergebnisse kann man daraus entnehmen. Temperaturänderungen 1. Energieumwandlungen 2. Die verrichtete Arbeit und schließlich den Wirkungsgrad 2. Die Funktionsweise der Wärmekraftmaschine wird dargestellt in einem Diagramm. 3. Man trägt den Druck P über das Volumen V an. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com